Okay, Chad, was sollen wir machen? Sollen wir die Mauer bauen? Ich würd gern zu Hugo. Wo ist Hugo? Hugo! Was machst du? Sehr geil. Okay, fahr, bevor du jetzt reingehst, spar dir die Wichs-Jokes, okay? Und sag mir bitte, wie du die Mauer und den Boden findest, okay? Was für Wichs-Jokes? Ja, wirst du ja sehen dann. Hast du hier gewichst? Wie findest du? Was ist Österreich? Nein, das ist erstmal meine Base. Österreich kommt später. Das ist krass. Sag ehrlich, wie findest du? Ich find's krass, dass du überhaupt mal was baust. Dankeschön. Also, ne Joint bauen tu ich mir grad nicht, aber... Ja, wie findest du die Mauer? Guck dir hier die Mauer an. Hast du ne Mauer? Ja, das ist ne Mauer. Ja, okay. Wie findest du? Ja, das ist cool. Sieht cool aus. Danke. Hä? Ich sag ganz ehrlich, Digga, meine Basic klappt besser aus der Steiner, weil du hast gar keine. Ich verarsche, du voll goofy, Alter. Digga, du hast doch nur Villager und dein Gold da. Und ne Mauer. Guck, fährt dir was auch an mir? Nee. Ich bin voll Leatherrave. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Das ist zu Veto. Ja, du, der Fuchs kommt. Ne, hier, Fuchs. Hier, guck, was hab ich gesagt? Yo, Fabo. Hey, Veto. Jetzt weg. Man musste einfach den... Nein, der kommt wieder. Also, du, also, 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 Veto. Ja. Hallo. Hey, Veto, hallo, wie geht es dir? Hallo, hihi, was gibt es? Ich habe gehört, du brauchst einen Elder Guardian, Boss. Richtig, den hole ich mir jetzt. Hast du einen? Ja, in deinem Tempel. Wow. 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 Ich würde kurz schlafen gehen. Juck. Also, schlafen kannst du jetzt sowieso nicht. Weird, champ. Veto hat auch einfach, ohne zu fragen, hätte er den Elder Guardian aus meinem Turm geklaut, ohne zu fragen. Weird, champ. Hier, oder? Oh. Ja. Ah! 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 Einfach rumschreien ohne Sinn. I wish I knew... Nicht sterben, ne, wie soll ich denn sterben? Ja, du kannst in dem Tempel nicht sterben. Du überlebst hier sogar ohne Rüstung. Ich suche nur meine Schwämme Ja, den kann ich ja killen, oder? Veto hat ja oben einen Boah, über den wird sich Sascha freuen Wolehi, das ist keiner mehr Wenn wir Abbaulähmung bekommen, dann ist da noch einer Habt ihr Abbaulähmung? Noch nicht Achso Ich habe einen gekillt und einen hattest du da im Minecraft Und wenn hier kein WeChamp was gemacht hat, dann ist hier noch einer Hier ist ja keiner mehr Der muss ein bisschen schwimmen, der kann überall sein Du bist so enttäuscht von mir Ja, wie gesagt, letztes Jahr war so ein gleicher Inzident Ja, aber der war ja extra Für fünf Subs, Digga Und das war halt ReRap auszusehen, Digga, wirklich Okay Okay, ne, dann haben Also, okay, ich verzeih dir Weil ich auch ein Hurensohn war zu dir Und dann ist alles wieder okay Hä? Also eigentlich müsste ich eigentlich Ich habe bekommen, hier ist noch einer Okay Oh, streich Ja, okay Ja, aber eigentlich müsste ich ja dann gar nicht nehmen Das ist ja gut eigentlich Du kannst ja wieder selber holen, Veto Aber du weißt, was er gemacht hat Digga, ich sterbe Also wenn wir jetzt ganz realistisch sind, solltest du den als Entschuldigung trotzdem holen Ja, aber was du gemacht hast, ist unverzeihlich eigentlich Wow Ja, okay, aber da kann ich ja nichts dafür, wenn man das nicht wiederholen kann Hä? Doch Du könntest, ähm, doch Ich habe dir schon viele Sachen gesagt, die du machen könntest Okay, dann, okay, wenn der Guardian dort drin ist, dann werde ich Sanktionen einführen Hast du das? Ja, ja, okay, 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 okay 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 Faber, weißt du, wo er ist? Nö Die, die sagen am Eingang hier irgendwo, aber ich fliege da nichts Ich habe dir jetzt schon gesehen, aber Hier sieht der anders aus, oder? Der ist viel fetter Aber der ist auch so heller, ne? Ja Hast du Essen? Ich sterbe gleich Ich sterbe auch gleich Wallahi Wallahi Willst du essen? Ne Hier ist er, hier ist er, der Fisch Du Fischgesicht, du Fischgesicht Ich komme da nicht hin Wallahi, ich sterbe gleich, Digga Wirst du Pokémon Kamesi in Kur, oder Zaku? Vielleicht Vielleicht Ja, unter dir ist der Hugo, unter dir Was? Was denn? Ich komme nicht raus, weil ich habe Abbau-Erlähmung Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Ja, was denn? Hallo? Ihr tut euch beide, ja Ich finde nicht mehr raus Aber du musst Kesseln den ein, oder so? Hilfe, Alter, Hilfe! Kesseln den mal ein Was für Einkästen, ich sterbe, du Nutten Digga, du hast 2,5 Millionen Euro Ja, okay Wie komme ich jetzt hier raus? Weiß ich nicht Wo bist du? Ich bin vor dem Portal, Digga Ich habe drei Herzen Ich habe drei Herzen Und kein Essen mehr Soll ich Essen holen gehen? Ich komme nicht raus, ich komme nicht raus Brauch mal auf, oder so, Digga Digga, ich habe Abbau-Erlähmung Zehn Minuten lang Ja, dann kann doch einfach den Elder Guardian Dann ist der Effekt weg Veto, ich glaube dir gleich, was du gemacht hast Das habe ich, glaube ich, vergessen Weird champ, Veto Ja, okay Und dann wiederhole ich halt das, was du eben gemacht hast Ja, das kann ich Ja, okay Okay, dann wiederholen wir beide jetzt, was wir gemacht haben Nein, lass mal nicht machen Ja, guck Soll ich dir zeigen, wo der ist? Ja, ja, mach mal Ja, 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 ja Wie kriegen wir den hier hoch? Ich weiß es nicht Okay Veto, wie geht das? Na, mit Schienen halt Kann der unter Wasser fahren? Ja Veto, was ist, wenn du es einfach machst und wir gehen? Ist ja nicht so, Digga Ne, dann hätte ich halt doppelt Arbeit Veto, ich liege, was du gemacht hast Weird champ Ja, mir egal Ist dir egal? Sag es jetzt, wallahi Hier, trink mal Farbe Wo ist die Milch? Wo ist die Kuh? Hab sie Lass die Kuh auch mal killen, damit Veto gar nichts mehr hat Hier ist mir so egal Abraham, Digga Kuh heilig, wallah Ich schwöre Das ist ne ganz andere Lektion Achso Ja Wo ist denn der Scheiß? Was bedeutet wallahi? Das hat keine Bedeutung Was bedeutet wallahi, Hugo? Wallahi? Ich hab keine Ahnung, was bedeutet Ja, dann geh ich jetzt Ne, nur damit du nochmal weißt, Veto Komm mal hin Oder hast du gesehen, wie es passiert ist? Ne, ich würd gern noch nen Clip haben davon Ja Er ist hier nicht Er ist ein Scheiß Guardian Wow, ich habe ja einen Guardian eingesperrt Und das ist der zweite Empos, den ich eingesperrt habe Wow, 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 wow Ich kann nicht mehr raus, kannst du Wasser fressen? Ne Ich kann nicht mehr abbauen Das ist ein Trap Bitte mach mal Ne Ja ok, dann mach ich aber Axel Oddle Wow, wow, wow Ey Oh Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Ja, was macht der Axel Oddle, der ist verpackt Ja, was macht der? Der war grad schräg Okay Der Wichtiger wahrscheinlich nicht Das hätte man ja auch verdenken können Nein, hätte man nicht Digger Sorry, da ich nicht die ganze Microspiele Warte, von wem war das Axel Oddle, wer hatte das im Eimer? Wichtiger Wichtiger Der war auch dabei Nein Also das Ich hatte es im Eimer Was machst du jetzt so? Okay Ja, ich hole die 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 Du denkst es ist so einfach? Okay, okay Hä? Ich habe neue Intizien Wichtiger schreibt Ist halt aber auch Kammer, weil die mich abgefuckt haben So, was habt ihr gemacht? Okay, was la Wir waren in selben Haus Digga, Wichtiger, bist du am heulen? Digga, Wallabilla hat so einer übertreibt ein bisschen Digga, er hat gestern mein ganzes Boot abgefackelt Digga, ich habe nicht rumgeheult Wallabilla hat er? Ja Ja Wallahi Wallahi Er hat die erste Plattform weggemacht Wichtiger Wir standen einfach vor ihm Hier ist er Na hier, hier, komm zu mir Seid ihr bei mir? Hier ist er doch Ich stehe direkt vor ihm Achso, ihr habt anderen Weg oder was? Wallahi haben wir Wallahi sogar Wallahi sogar Er ist schon im Dings drin Er ist im Dings, Bums Okay Dann Let's go Hier bekommt der Schaden Scheiße holen Verstehst du da wie so ein MPC-Mogurt? Digga, ich schwöre ich hätte Kamera vor die Tür machen sollen Das wäre so geil gewesen Weil du da einen kleinen Kinder filmen kannst? Nee, weil da hätten wir immer gucken können wer das ist Und dann könnte ich sagen Ja, ich mach auf oder ich mach nicht auf Du machst dann nur bei so Mädchen auf Ja eben Guckst du Animes? Nee, dann gibst du hier nix Nee, dann gibst du hier nix Digga Digga Du wirfst dir da so ne Gabel in die Fresse Wenn die irgendwie klingelt nochmal Ja, was machen wir denn jetzt? Wir stehen hier in der Tür und warten auf was warten wir? Mach doch mal jemand was Weihnachtsmann Hat jemand Schienen überhaupt? Ich mach mal Fick meinen Arsch, Digga, bitte Ja, okay Wallahi, Wallahe, Wallahe, Wallahe Wallahi sogar, Digga Ich will die mehr Boah, geh mal zum nächsten Kind raus und fragt ob es One Piece Red mit dir schauen will Scheiß Digga, wahrscheinlich schau ich das mit Kindern Geht doch nicht Digga, ich scheiß auf die Ey, wenn wir jetzt noch eine Minute länger stehen und das passiert nix, dann raste ich auf In welche Richtung ist er überhaupt? Was war denn hier der Plan? Ja, hier nach oben Sooo Oder nicht Ne, das müsst ihr ja wissen Ja, mir ist das auch scheißegal Mann, ich fühl mich Ich bin richtig getäuscht von mir Boah, hast du Schienen? Ja, ja, hab ich Dann mach doch mal was Ja, Digga, ich hab die ganze Zeit ab Gib mir mal ein bisschen mehr Milch, Digga Milch, 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 Milch Ich krieg keine Milch mehr, weil Simon unten gesagt ist Gift In so Rottos hole nur noch Milch Digga, Wallahe, Villa ist Gift, Digga Ja, 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 ja Wallahi Wuhuuu Du hast Spaß am Leben Ne, gleich nicht mehr Ich sterbe Wallahi, ich bin tot, Digga Wallahi, der ist tot Dann hol jetzt mal Schienen, Junge Mann, da zieh doch mal Schienen Ne, dann gib doch da, du, 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 Ekelhaft Ja, dann verleg die Schienen doch jetzt mal Ich hab doch alles Ich verleg, Digga Ich bin doch kein Verlag Ich hab keine Musikstücke Was? Ich werd mein Leben danach so genießen Boah, schon genießen Boah, schon genießen, Digga Ey, ich mein, nach dem Stream Gehst du auch raus? Klingeln die Ja, okay Ich geh echt klingeln bei Leuten Und wenn die aufmachen, raub ich die aus, die Vollidioten Das ist eigentlich wirklich voll ein gutes Thread Weil an Halloween machst du jedem die Tür auf Ah, das ist ein kleines Campi-Bulppi Und dann kriegst du ne Faust in die Fresse Deine Wohnung wird ausgeräumt, geil Sind die Leute dumm Hamsterrad, Alter Die hängen im Hamsterrad und freuen sich auf Halloween, Alter Und dann kommt er immer, du haust denen die Fresse ein Wallahi, sogar Digga Bei dem war noch ne Milch Ja, ich gewollt Man Milch Ich brauch selber Okay Dann Boah, ich glaub ich mach so ein Neonschild vor mein Haus hin Von wegen, hier könnt ihr Naja Also Warum solltest du Eine Neunzehnjährige vor dein Haus stellen? Digga, du bist so ein Gott Darf man das Wort mit W noch sagen? Ja, mach Nixer Nee Mit W und dann kommt ne E W Hä, ich check nicht W Ich auch nicht W Weltmeister W E E W E E Ich kenn das Wort nicht, glaub ich Ja, wenn Also du Ja, ihr seid solche Opfer Ja, was meinst du? W Also wenn Also wenn Denkt Denkt Ja, du kannst nicht so um die Ecke verlegen Ich kann mich um die Ecke verlegen Ich kann mich um die Ecke verlegen Das ist grad Ja, du bist das Ja, du bist das du jetzt ganz Ja, du bist das du jetzt ganz Ja, du hast Ja, du hast das Ja, du hast das Ja, du hast das Ja, du hast das Ja, ich schreibe nochmal und denkt ich wäre satt, f*** dich Digga. Ich habe nur 7 Hauten. Gib du mal irgendwas. Digga, gib mir auch nur eine Digga. Ihr denkt auch nicht mehr Pferd. Schnell. Erdinand. Ey, oh my god. Warum? Mein Ofer hieß so. Oh, das wusste ich nicht. Alles gut, Bruder. Erdinand. Digga, warum heißt der aber so? Hey Digga. Es war da so heiß. Weird Chip. Digga, du willst nur deine Straftaten verdecken, f*** dich. Digga, ich schwöre, du musst eigentlich in den Knast. No joke. Naja, aber wie niemand merkt, dass jeder eigentlich Straftäter ist. Jeder hat irgendwelche Straftaten. Wenn ihr wüsste, was ich mache auf Stream. Holy shit. Ja, siehst du. Ja, aber das ist ja doch okay. Aber was du gemacht hast, ist echt nicht korrekt. Achso, ach, Rassismus ist okay, okay. Nee, hab ich vergessen. Stimmt, was weiß ich. Ist gerade eine Anspielung auf meinen Hive-Bahn oder was? Ja, genau. Ey, wir sind fertig, Jungs. Alles verbunden. Wir müssen nur noch Platz machen. Also ich sag der Chip, wenn wir den hier hochschieben. Aber mach mal. Hier ist doch mal der Lücke. Digga, da ist eine Kurve drin. Das geht doch gar nicht. Also wenn das hinhaut, dann bin ich Celtics. Lol. Hä, aber du bist doch... Hä, 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 hä. Das ist lustig. Nee, das wird funktionieren. Okay. Alhamdulillah. Wolla, ich hab Abbaunehmung. Digga, du sagst mir so nicht Wolla-Hee sagen, aber du sagst Alhamdulillah. 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 Schreib mir ehrlich. Nein. Das wollte ich wirklich schon mal schreiben. Ich war kurz davor. Basti zockt, weil es einfach wie Basti gehörst. Der hat einfach einen Leak. Das TikTok ist so dumm. Das ist so dumm. Ey Digga, das macht richtig Spaß gerade im Veto. Das braucht überhaupt nicht. Digga, ich seh gar nichts. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Digga, ich werd dir angegriffen von... Digga, sterbt gleich Wolla sogar. Wollahi. Okay. Was machst du? Digga, ich muss nur Platz machen. Ja, dann... Ich hab Guardians. Gib alle, dann verzeiht sich das. Was für Platz machen? Da ist doch die Strecke schon. Die Strecke steht doch. Schalt dein Handy aus. Es ist der Acht dabei. Ich bin gar nicht aufgefallen. Der wird zum Sterben. Ja, mach einfach Spuren. Ja, schieb, 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 schieb. Wollahi. Ich schieb den jetzt an. Wollahi. Peter, du bewegst dich nicht. Ja, weil der auf Schienen steht, die aus sind. Ja, wo sind Rüsselblöcke? Also, ich sterbe. Also, ich bau dir... Gib den mal an oder so. Irgendjemand hat den Rüsselblock aufgesammelt. Ich nicht. Ich hab einen. Soll ich placen? Ja. Nee, ich verbrenne ihn. Wo denn? Peter, du stirbst Peter. Wo soll ich passieren? Ja, da bei den Schienen, du Goofy-Goof-Makes-Lexen. Ich sterbe! Ey, ich darf nicht sterben. Willst du schon? Okay. Warum? Willst du schon, Willst du schon? Verzieh doch die Restorene. Die Restorene. Die Restorene. You need to place the Restorene. Dann mach doch da runter. Ich rufe mir gleich ein runter, Digga. Warum wäre das geil jetzt? Hier, Hugo, ich hab abgebaut. Du musst da auch Restorene platziert. Ich platzier's selber. Oh, wo, 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 wo. Okay. Der muss doch in die andere Richtung hier voll Goofs, Digga. Oh mein Gott, bist du dumm? Ist der dumm? Ist der doof? Hey, ihr seid auf Kopf gefallen. Wallahi, sogar. Es geht nicht, Restorene ist kaputt. Wallahi, sogar. Digga, ich schieb von anderen Richtung gerade, ne? Daheim. Ey, Hugo, ich hau dir ein Ding. Ich hab falsch spaziert. Raphael, dank für den Raid mit einem Blur. Ey, Raphael, Bro. Kuss, Digga. Dankeschön, Raphael. Ja. Er vor Ort. Dankeschön für den Big Raid. Oh mein Gott, Er vor Ort. Nicht die Luxemburger Raiders. Was hat Veto gemacht? War vorhin nicht. Was hat Veto gemacht ne Straftat? Was hat Veto gemacht ne Straftat? Ey, ich will nicht mehr. Ja, ich bin ja gerade in Frankreich. So, f*** dich jetzt. Ey, die Schienen gehen unter Water nicht. Digga, f*** das mal bitte Veto jetzt. Ich f*** gar nichts. Ich auch nicht. Ich hab überhaupt keinen Bock mehr. Platziert jetzt. Wollahil sogar. Ich sterbe. Ich sterbe. Tim, ich bin tot. 2,5, 3,5, 4,5. Du hast nicht veröchert. Das geht nicht. Jetzt erfährt, erfährt, erfährt. Jetzt erfährt, erfährt. Let's go. Achterbahn. Yippie. Yippie. Er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. Oh, er bekommt Schaden. Nein. Er stirbt. Schieb den Abbaulehmung. Schieb den Abbaulehmung. Bau ab, bau ab. Bau ab. Ich hab Abbaulehmung. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Schieb den Abbaulehmung. Schieb den Abbaulehmung. Stopp, stopp, stopp. Er trinkt, er trinkt. Ich bin dead, ich bin dead. Wait. Digga, der hat nicht genug Schwung. Schwung, krass. Ich schieb den Abbaulehmung. Ich schieb den Abbaulehmung. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Mein Sound ist verballt. Ich hör nix, man. Ich brauch wieder Essen. Ja, ich brauch auch Essen. Mein Sound ist weg in Minecraft. Bei so vielen Guardians. Gib mal Essen, Gleto. Okay. Ich hab auch nix. Ich hab halbes Herz. Ja, der Guardian steht hier. Okay. Straftat. Du bist wirklich Straftäter. Du bist wirklich Straftäter. Mein Minecraft Sound ist weg. Hast du noch nen Toten, Schieb, Peter? Hast du? Wait, du gib uns mal hier, bitte. Nö. Gib uns mal Essen. Ich hab nix, Digi. Okay. Lass die Kuh killen. Ah, Digi. Hier sind überall Fische im Wasser. Seid ihr doof? Also, Fische. Fische. Was macht ihr denn jetzt? Hugo. Ja, Fisch holen. Was? Ja, Digi. Ich kann nicht weiter rein, weil ich kein Essen mehr hab. Okay. Dann sammel doch jetzt Fische. Wer bist du? Oh, Fabo, du musst doch Essen. Wallahi. Gib mal Essen jetzt, Fabo. Nö. Weirdchram, Fabo. Er unterstützt seine Homies nicht. Weirdchram, Fabo. Er unterstützt seine Homies nicht. Er kann doch jetzt hochfahren. Lass ihn schieben. Ja, dann schieb du. Guck mir. Soll ich schieben, ja oder nein? Ihr sagt. Ja, mach, 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 mach. Ja, wenn der hochkommt. Bist du da hoch und siehst das? Ja, ja, ich seh das. Wo bist du? Ich bin oben mal entschieden. Schieb doch. Okay. Ja, er kommt. Oder? Bisschen komisch mit Elegan, weil das scheiß Fisch, aber... Er kommt, er kommt, er kommt. Richard, schnell hoch, hoch, hoch. Nein, schnell abbauen. Oh. Ist er tot? Nein, nein. Oh mein Gott, das war so close. Miroslav Klose, Alter. Der geht wieder hoch, der ist vollidiotin. Der geht wieder hoch, der ist vollidiotin. Oh mein Gott. Ja, der ist jetzt wieder weg. Ihr seid solche. Ja, du, der Achterbahnbaust, Digger. Sind wir wieder im Bayernpark, oder was? Ich schieb ihn wieder an. Also, er kommt. Nochmal. Richard, Wheelchamp, Fisch. Er brosch. Schwungkraft. Ist er oben? Ey, I'm dying, guys. I'm legitimately dying. Der Fisch schwimmt da hoch. Ey, schick dir mal angst. Bisschen Schwung noch, bisschen Schwung. Wallahi, Wallahi. Bitte. Ja. Ja. Juhu. Schaden, Schaden. Ich sterbe. Doch nicht. Ich verfolge ihn. Ich bin dead. Ey, der kriegt nochmal Schaden. Ey, der ist instant one hit, ne? Ja, der bekommt nochmal Schaden noch, aber... Ja, dann ist er tot. GG. Wallahi, es klappt, Jungs. Wallahi, der wird sterben, weil da überall Damage ist. Nein, 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 das passt, das passt. Wo ist er? Ich bin grad hinter ihm. Okay, aber wer hat Probleme? Okay. Du Wichser, du hast doch nicht gehört. Achso, hast recht. Mach dann mal Portal aus, wenn der... Achso, ne, lass uns noch durch, aber... Der ist ja in deinem Grundstück dann. Dann kriegt der Schaden. Ja, aber nicht, dass er zurückgeht. Ja, ja, das ist Smart Veto. Ja, stimmt. Ähm, Jungs, wir haben ein Problem. Wapp, wapp, wapp. Portal ist nicht an, oder wie? Ja, der hübsch jetzt rum. Kann der, äh, ersaufen? Kann nix drauf an. Kann nix drauf an. Aber der sieht sich eigentlich nicht eingeschmert, oder? Doch, doch. Wir haben ja nicht saub gebaut. Also, okay, ja, okay. Und, total weg. Juhu! Jetzt kommt aber noch mal rein, du Idiot. Hey, mach auf, warte! Entsterben! Ich kann nicht, ich hab Abbaulehmogen. Warte, wir haben doch Wasser, aber ohne Axolotl. Ekern. � Started Exceptional. capsidivlawys! ich bin scal They arevant. Mensch, ich hab plotting, ich hab in den Abbaulehmogen neuer fourthen Raum, Ja, als ich hab abonniert, ich hab das gemacht. Ich hab Essён Die Film gemacht in den Kö Bin ich, nein, und ich will das neue Figuren tun." Ich versuche ein Alta-G consisten. Vielen Dank.